Und nein, sondern 40, das brauchen wir. 15, äh, 7, behalten wir mal, ich weiß nicht warum genau, 7, 23, 7. 12, dürften auf jeden Fall reichen für die Hauslänge. Hier auch, sollten auch 12 reichen. Und dann schon wieder Stufe 7 fällt mir gerade auf. Mann, 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 geht ja fix. Und dann das übliche, ich mag das einfach, wenn euch das stört oder ihr das hässlich findet, schreibt es mal in die Kommentare, aber ich mag das halt mit dem Außenabschluss. Also sozusagen zum Wetterschutz, das Dachholz ist ja genau. Ja, genau. Okay, genau. Oh. So, na, Wetterschutz wäre das halt für das Dachholz. Ach. Man hat ja auch spezielle Abschlussziegeln auf normalen Dächern. Dann können wir das auch vergleichen hier. Oh, noch mehr Settblinks. Noch ein paar. Da ist noch einer. Und hier. Und. So. Ah, da kommen wir da hoch. Ja, da kommen wir. Ja. Super. Oh, das läuft doch hier am Schnürchen noch wieder. Hä? Das ist doch mal eine Bauerei. Keine Trauerei. Eine Bauerei. Eine Trauerei haben wir jetzt leider nicht mehr. Da müssen wir wieder den Neter. Oh, das ist auch gerade das. Na ja, da. So, ähm. Der kommt hier hin, bei dieser Dachart. Ja, ich habe mich ein bisschen mit Dächern beschäftigt. Das werden wir noch sehen, warum der da hinkommt. Das hat dann seine Bewandtnis. Auf der anderen Seite müssen wir den halt mit so Halbstufen machen. Den kompletten. Zack, 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 zack. So. Und das reicht aber auch nicht aus, was wir hier haben. Na gut. Noch mal so ein Tolles weiter. Flup, 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 die. Ah, hier. Mann. Was mich jetzt auch interessieren würde, wolltet ihr lieber Cube World weitersehen? Weil, ja, das ist ja bestimmt schon die Folge geläuft. Jetzt hier läuft Minecraft schon mehr ein paar Tage. Und dann kann man ja auch so ein bisschen so die Meinung abgeben. Aber ich glaube, die, die Cube World hätten weitersehen wollen, schauen vielleicht jetzt hier schon gar nicht mehr zu, weil die sind bei der Minecraft. Und vielleicht die, die gar nicht Minecraft geguckt haben, sind vielleicht abgesprungen durch Cube World. Obwohl das komisch wäre, wenn, naja. Ist schon, wäre nicht ungewöhnlich, aber es wäre halt nicht schön. Ich werde aber nicht gleich abspringen, wenn man eine Splay-Pause von einem Splitsplay ankündigt. Ich würde schon sagen, wenn das Sichtseite ist, ist es jetzt fertig, aber hier ist es ja noch ziemlich unfällig. Ach, ja, okay. Ich hätte noch mal die Idee. Haha, brauche ich davon noch welche? Ne, hat auch was. Hat auch was, wenn das auf dem ganzen Block endet. Also, es wären ja zwei halbe, aber... Na, mal von da schauen. Sieht besser aus da drüben. Ich kann euch noch vorstellen, was da noch hinkommt. Und dafür wegkommt. Bisschen Material haben wir noch. Tja, wird dann langsam Zeit, wieder Zeug zu sammeln. Aber erst mal. So was ist das? Ja. Genau das. Achso, ja, kann man auch umsetzen. Lustig Musik beim Dachbau in der Bund. Ich hoffe, die Musikanstellung passt wieder. Dadurch, dass ich lange nicht mehr aufgenommen habe. Und keine Lust hatte, jetzt groß Probeaufnahmen zu machen. Denke ich mal. Ach, ich denke mal, die Musik könnte passen. Na ja, wie immer. Oh, der Mond geht auf. Komm, wir gestern uns mal hier aufs Dach. Shader wollte ich mir installieren, aber irgendwie... Alter, ist das für eine Delfin-Invasion da hinten. Ich muss die Delfine runterschrauben. Die machen da in dem Zeichen getümpelt gar keinen Sinn. Nein, 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 nein. Ja, wir pennen erst mal. Erst mal schön pennen, damit wir unser Tageswerk am Tag verrichten können. Wir holen dann erstmal Klöstersteine an den hier, wo die Pflanzen ein bisschen zu holen. So, so, so. Bei dem Minecraft-Invasion ist das so. Oder nicht bei dem Schäfer. Oh. Sieht aus wie eine Sackgasse. Gehen wir jetzt, glaube ich, nicht runter. Nee. Gucken wir hier mal ein bisschen. Wenn wir schon einmal hier sind. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass die Schlucht auch sehr tief ist. Jetzt ist auch gerade oben an unserem Mod, dass wir auf der 33 verbrauchen uns irgendwie selbst den Rückweg gerade. Vor allem, wenn ich immer wir sage. Ich verbaue mir den Rückweg. Ich verbaue uns den Rückweg. Er schraubt zu und ich verbaue. Und eigentlich wollte ich bloß Koppelstorien sammeln. Ja, ich wechsle manchmal auch von den Begriffen her, wie ihr schon gemerkt habt. Manchmal ist es Koppel, manchmal ist es Pflaster. Je nachdem, wie mir gerade die Umhote ist, dass euch so zu benennen die meisten tun. Ja, irgendwie dann doch entbinden. Naja, rein muss niemand stärken. Ich soll das lassen. Ich werde mich mehr mit dem Abbau befassen. Gut, das war genug, ja. Schlicht. Spitzhange? Entschuldigung. Naja. Das war's wohl. Ja. Hüpfst du hier hoch? Nein. So, wie kommen wir denn dann nachher da runter? Das Loch ist ein bisschen gigantisch für das, was ich dann vorhabe. Dann muss ich das dann ein bisschen verkleinern auch mit Erde. Was ist denn dann? So, mache, wie ich es vorhabe. Ach doch. Ich nehme noch mit. Ich glaube, das reicht nicht. Nee, auf der anderen Seite brauchen wir auch noch welche. Das holt's recht. Ich, das bohrt nicht schnell genug. Also, die wollen wir blocken nicht schnell genug auf. Vielleicht hätten wir doch mal die Nacht nicht durchmachen sollen. Und hätten das Zuckerrohr. Ja. Ist erst mal was. Super. Ach so, die Gießermel. Ohne Ende erst mal. So, die Gießermel. So, wir richten uns eine. Ja, machen wir mal ein bisschen hier Sachen. Einmal können wir immer gebrauchen. Das hier können wir immer gebrauchen. Und sechs Eisen. Halten wir mal. Einmal brauchen wir nachher. Immer in die Höhle runter wollen, weil dann machen wir uns einen Wasserfallabstieg. Ich verhebe mich da viel vor. Aber das wird jetzt zu viel. Ah, dummer Delfin. Höhle. Keiner Delfin. Mann. Das war die Garieren. Dummer. Keiner Delfin hier. Das wäre dir ganz gefolgt, oder? Die ist drüben vielleicht. Na? Geh nicht weg von deinen Abgenossen. Keine Angst. Geh nicht weg von deinen Abgenossen. Oh. Oh. Das ist ein Delfin. Alter. Das ist aber nicht mehr so. So. Oh. Ne, das war kein Delfin. Das ist davor auch nie. Delfin. Oh, ihr seid hier voll im Weg. Leute. 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 Mann. Was ist da? Was ist da graben? Der Text proben kann man ja nicht. Aufdauern, aufdauern. Und weiter geht's. Voll. Der Delfin wäre sauer auf uns. Wer hat uns der Delfinrache überziehen? Ne. Aufdauern, aufdauern. Pumpfarm. Ach. Pumpfarm. Soll ich da vielleicht woanders hin sitzen später? Vielleicht setzen wir erstmal eine Reihe dazu. Hier, komm mal her. Hast du was zu tun? Der muss immer am Laufen gehalten werden. Das ist auch viel zu eng. So, probieren wir es mal hier aus. Also, A1. Dann 1, 2, 3. Wieder ein. 1, 2, 3. Wieder ein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann hier hin. 1, 2, 3. Hier hin. Hier hin. Und die Pumpfarm. Da brauchen wir noch ein bisschen das Ding. So. Ich frage schon an die Andalids Player. Ich. So, jetzt geht es zu buddeln. Ich muss es bald versuchen, es ein bisschen natürlich zu halten. Naja, ist aber auch schön. So, in der neuen Mal muss ich auffahren. Vorerst. Ich möchte nicht, ob wir nachts was machen. Nachts was machen. Setzen wir erst mal in den Fakten. Irgendwie ist es mental nicht die Wucht. Ach, hier ist es nicht gestorben. Okay. So viel zum Thema. Unser Tellsameta. Na gut. Rein, rein, rein. So, auf der einen Seite geht es in den Schiff. Da oben war jetzt wobei eine Sackgasse. Genau, hier war noch Kohle, die ich noch mitnehmen wollte. Boah. Boah, ich kann beschwärmen. Fast wäre runtergefallen. Rechtzeitig bemerkt. Oh, nee. Das Kohlererz unter deinen Füßen ab. Das ist die Faktion, die man sehr früh in Minecraft hat. Das zieht immer schmerzhafte Stötze. Machst du hier, wenn man in die Tiefe stotzt. Das ist ein bisschen verschwönern hier. Ja. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt.